Jo, hallo und herzlich willkommen liebe Harz und Freunde. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gerade schon mal ein Episodchen aufgenommen. Wir haben immer noch den 18.09.2018. Wir haben relativ spät am Abend, 23 Uhr, ich bin voll müde, ich bin voll K.O. Und ich habe gerade schon ein Episodchen aufgenommen. Und jetzt nehme ich noch eins auf, bevor ich in die Kiste gehe. Und schlafe. Und ich glaube, ich glaube, ich probiere nochmal den Legend Odd von Oldboy. Den Oddkrieger. Ja, den probiere ich jetzt einfach nochmal. Einfach, weil ich es kann und weil ich es möchte. Ich möchte gerade Lust drauf haben. LUNARRA! Sieg oder Tod. Mache ich glaube ich mal so. Es wird sehr wahrscheinlich... Am wahrscheinlichsten ist es, dass es ein Token Druid ist. Kann aber natürlich auch ein Big Druid sein. Also Hedronox, Taunt kann... Sorry, ein Togwoggle Druid sein. Und dann... Ich habe einen Togwoggle Druid. Ich brauche niemanden. Wie immer wäre ich zufrieden, wenn ich einmal gewinne. Letzte Episode war auch schon eine Katastrophe. Die ersten zwei Spiele verloren. Aha. Jaja, das sieht mir sehr nach Togwaggle aus. Die Frage ist, möchte ich jetzt direkt Randale machen hier? Jetzt bufft er, oder? Ah, okay. Mhm, mhm, mhm. Ich hab ja noch das hier. Okay. 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 Mhm. 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 Ich glaube, das lohnt sich noch nicht. Der hat eh keine hohen Diener im Deck. Da sind die 1,5er schon das höchste der Gefühle. Oder diese... Aufgepasst! Okay. Das ist ein Dschungel. Ah, ganz zufrieden bin ich nicht, aber es läuft ja relativ gut. Oh, das ist gut. Ah, ich merke schon, ich muss ins Bett gehen, nach dieser Episode. Tut mir super leid. Nice, jetzt kann ich endlich mal die Karte hier loswerden. Nice, und der geht mit allem für dich. Joa, der stirbt sowieso. Okay. 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 Alright,Ktoik. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein klebriges Netz. 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 Ein klebriges Handy. Aber ich würde es nur empfehlen. Habe ich ja vor ein paar Videos auch gemacht. Toten Drill. Uta. Odd Paladin. Vermutig. Na. Ja ja. Okay, Europower, macht er Europower, mache ich Europower oder ich mache den. Geil, 50,000 Euro. Raus aus meinem Dschungel! Danke! Grüße! 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 Ich glaube, ich mache schönes Exemplar und Schildschlag auf einen. Genau, lassen wir den schön. So ist gut. Sehr nice. Grüße. Grüße. Das ist natürlich nicht so gut. Es wird nur die Bomben. Amen. Böö. Böö. Hmm. Erzittert von der Machtsturmwind Ah, das ist nicht so gut Melde mich zum Dienst Da muss ich glaube ich das Schermützel schon auspacken Ich brauche mich Ich brauche mich Hm 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 Das licht schwirgt Wir lassen noch Melde mich zum Dienst Melde mich zum Dienst Das war's für heute. Läuft nicht schlecht Sagt was ihr zu sagen Sagt was ihr zu sagen So. 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 Das war's für heute. Was ist das? Wunderschön! Ich denke, das werde ich gewinnen, Leute. Oder? Ich werde mich mal in Schale! Beide mich zum Dienst. Ich habe eine Wolke im Visier. Das war's für heute. Wahnsinn Top Deck Lift us Das war's. Sehr, sehr geil. Das war's. Oh, wir machen jetzt noch ne Packung zusammen auf. Wow, das ist ein wirklich schönes Pack. Neu. Nein. Nein. Ja. Ich bin zunächst mehr in der Lage, ich freue mich riesig aufs Bett. Und dann werde ich morgen in alter Frische nochmal ein paar Episodchen für euch machen. Und dann auch ausgeschlafen und ja, fit. Tschüss.